Wir empfehlen in der Regel, da einen Blog aufzusetzen. Ist einfach sehr einfach zu unterhalten. Da kann auch die Kommunikationsabteilung mit arbeiten. Und ist unabhängig. Das heisst, hier redet mir kein Mark Zuckerberg rein, wie das auch sehen muss. Kann nicht so ausgestalten wie ich. Brauchen Blog. Ich brauche die Social Media Kanäle zur Distribution. Also nützt mir nichts, die Inhalte auf dem Blog zu haben. Ich brauche die Social Media Kanäle, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Hallo, kommt vorbei, da gibt es was zu sehen. Also hier auch Facebook, Twitter. Wenn man nichts anderes über diese Kanäle macht, zur Distribution kann man sie nutzen. Und als drittes, ich brauche ein CRM, ein Customer Relationship Management Tool, damit ich diese Adressen, die ich sammle, wirklich verwalten kann und anschließend in den Verkaufsprozess einschließen lassen kann. Bei uns zum Beispiel, die ganzen Adressen fliessen automatisch zu Salesforce. Dort wird entsprechende Kontakt generiert und dort kommt das dann rein.